Ja, liebe YouTube-Freunde, was passiert heute wieder mal in der Provis? Ja, da bin ich nichtsahnend am Schweinestall auswaschen. Bin fertig geworden und dann gehe ich nach draussen und höre dieses Geräusch. Tausende von Bienen, ein Schwarm ist bei einem Muttervolk gegangen. Und wir sehen jetzt, er bildet, er fängt dort oben an eine Schwarmtraube zu bilden. Ein unglaubliches Schauspiel. Ja, jetzt muss ich einfach warten, bis alle diese Bienen da an die Schwarmtraube hängen. Und dann hoffe ich, kann ich diesen Schwarm wieder einfangen. Der ist ziemlich gross. Wie wir sehen, auch überall an den Blättern sind die Bienen. Ein sehr spezielles Schauspiel. Die Wiese Die Wiese Die Wiese